Und ein Krokodilskopf. Au weh, au weh, au weh, au weh. Ich fürchte Schlimmes, ich fürchte Schlimmes. So, hier kann man auch nichts mehr machen, ne? Dann gehen wir noch auf die andere Seite. Auf der andere Seite hast du bestimmt auch noch Vasen. Also, es ist definitiv, ja, nicht einfach. Ja, man muss sich wirklich einspielen. Oh, also Frosch in Gefangenschaft. Ähm, die Kämpfe, die sind gewöhnungsbedürftig. Aber hat man mal einen Dreh raus, deswegen mache ich ja auch einheimlich gerne für Aufnahmesessions. Weil wenn du nur 15 Minuten spielst, das bringt einfach nichts. Ja, merci, dass du mich gerettet hast. Diese widerschen Krokos haben mich fast zu Tode erschreckt. Nun bist du ja frei. Und ich habe einen Nervsack weniger. Oh, da sind noch Vasen. Merci. So, haben wir zwei Hefse mitgenommen, sehr schön. Bleiben zwei offen, aber ich denke mal... Ja, fürs Erste stehen wir gar nicht mal so schlecht da. Okay, alles klar. Es ist genug Zeit. Die Dinger bleiben genug Zeit. Das Problem ist, die bewegen sich so schnell. Ich habe das gerade eben gesehen. Siehst du? Das ist das Problem. Die bewegen sich zu schnell. Das ist krass. Das ist krass. Die bewegen sich zu schnell für Kay und seine Sprung. Vor allem, wenn er schon aufkommt. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Schade. Sehr schade. Das muss einmal passen. Wenn du einmal runterfällst, dann... Ja. Siehste, 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 du kannst dich nicht hochhangeln. Du kannst dich nicht hochhangeln. Blaue, 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 entziehen. Ja! Nein! Du... Ey... Solche Spielmechaniken liebe ich. Nicht... Es kann doch jetzt nicht sein, dass mir jetzt viel so sich bewegende Säulen einen Strich durch die Rechnung machen. es heißt die wandern definitiv sehr einladend aus wir gehen auf jeden fall rein und werden sicherlich unseren spaß haben die eingangshalle des großen krokodils tempels ich bin eine katze wir werden umzingelt und der von der flucht weg versperrt na gut wenn ihr es nicht anders so wollt dann ist es ruhig jetzt einfach mal ordentlich nun ich meine ich meine jetzt Yes! Jawoll! Fehlen, glaube ich, noch zwei, oder? Moment. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Yes! Und von alles Gute kommt von oben. Hehehehe Mit dem neuen Schwert ist es doch deutlich einfacher, muss ich sagen. Watta! Und weg damit. So, bleibt einer übrig. So, aber erst die Münzen aufzahmen, bitte. Ich brauche die Münzen. So, er hat sein... Ah, Moment. Blau. Ja. Bam! Okay, er blockt, er blockt, er blockt. Ich muss das Wasser ablassen, um an das Frischkupfarmulett im Becken zu kommen. Stimmt, Kay kann ja nicht tauchen, wenn ich das richtig weiß. Ähm, gut. Du hast einen Schlüssel gefunden, damit kannst du bestimmt irgendwo eine Tür oder ein Tor öffnen. Wie wäre es denn einfach mal mit dem da? Oh. Schön. Schön. So, erstmal die Basen mitnehmen. Ähm... Zack. Und zack. Und zack. Ich glaube echt, ich werde heute noch, ähm... Legend of Kay zu Ende spielen. Also für euch. Einen Testbericht hatte ich ja schon mal. Und das war... Ja... Immer wieder eine Herausforderung. Hehehehe. So, das Wasser wird abgelassen. Ist aber dann wahrscheinlich nur von kurzer Dauer. Vermute ich mal. Sobald ich runtergehe, gehe wieder zu. Ähm... Was ist das denn? Äh... Was da aufgeht, ist Ableitung und was dazugeht, ist Zuleitung oder was? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Hm... Ich werde mal eben... Einen Blick zurückwerfen. Ich denke mal, das ist nun... Ach so... Hm... Das ist nur ein Teil. Da gibt es noch mehr. Dafür muss ich allerdings wahrscheinlich auch mal einfach hier... Den Strömen da folgen. Ah, verstehe. Verstehe. Ich denke mal, im besten Ausblick habe ich hier eine Mitte. Warte mal. Ähm... Da müssen wir hier mal mit der etwas schwierigeren... Kamerauführung mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen, wo wir hin müssen. Ne, sehen tue ich jetzt ehrlich gesagt nichts. Ähm... Weiß ich jetzt nicht. Was ist, wenn ich da wieder draufgehe? Aha, dann ändert sich wieder alles. Also es gibt... Den einen Zustand und es gibt den anderen Zustand. Und dementsprechend entscheidet sich dann die Flussrichtung. Ähm... Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass... Ich nochmal drauf gehen muss. Um die alte... Also die... Äh... Ich will mich nicht in Dreck ziehen. Ähm... Es ist trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Das ist keine Frage. Aber ich bin dann auch jemand, der... Ja... Weißt du? Der ist so geduldig. Und auch wenn mal tatsächlich mal ein Kampf 15 mal, 20 mal probiert werden muss. Dann tut man es halt. Aber man tut es halt nicht mehr mit Genuss, ne? So. okay danke so momentan umschauen lasst mich jetzt erst mal weiter treiben ich habe so vorhin eh schon okay ja so wir müssen da rein ich will da rein so sehr schön sehr schön sehr schön schlosses tür ist verschlossen ich brauche einen schlüssel um sie zu öffnen wir haben wir den einen verbraucht es geben wir erst mal die leiter hier nach oben kommen wir dahin also okay das ist an als wir finden ja weiß ich nicht hier hin eben genau dankeschön jetzt muss ich mal schauen hier ja alles klar hier sind wir was die habe ich vorhin ganz übersehen mit einem blend mit einer blend granade okay so ich muss jetzt mal schauen und zwar hier habe ich die kammer schon mal übersehen genau richtig siehste da ist nämlich sogar ein frosch eingesperrt perfekt so raus mit dir du bist frei diese gemeinen krokus was krokus misch haben aus frosch trofe entführt ich effe meine freunde noch leben hoffe ich ich höre davon nur einen raum kann man nur öffnen mit einem schlüssel die man hier irgendwo finde in die sind verschwinde muss ich das jetzt echt habe ich jetzt wer das wird es jetzt auch echt sagen können dass ihr immer alles vorlesen muss ne 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 die tür ist verschlossen ich brauche einen schlüssel um sie zu öffnen nochmal so was ach das soll wahrscheinlich ein krokodil sein was da oben abgebildet ist ok nice so ähm na schon wieder verpasst komm ich noch mal zurück wir probieren es einfach mal irgendwie mhm ja brüder jay dreh nix auf voll den jackpot hahaha ach Gott ähm ja ja wata wata waaa uuuuua waaa waa waa da hallo aaa komm erstmal hier die jemanden einsammeln yes komm schon Du nicht neben Kälte, sag ich dir! Kommt mal zu mir! Kommt mal alle zu mir! Uuuuua! Und... Aua! Okay, einer ist weg! Komm schon! Zieh ihn aus! Zieh das Metall aus! Nicht schon wieder! Aua! Ich sagte doch, du nicht nehmen Kerze! So, ist denn der letzte? Einer fehlt glaube ich noch. Hm, mein Berserkatak ist noch ready! Oh, ne oder? Okay, wenigstens das hätten wir geschafft! Scheiße! Okay, darunter sind Stacheln. Wir sind bestimmt nicht im Lons da. Wie freut sich schon, mir fett in den Popo zu piksen? Niemals! 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 Okay! Uuuuuh! Diese Kameraführung! Okay, perfekt! Sehr schön! Sehr schön! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Ich hab's. Ich hab's.